Willkommen zu The Darkness 2. Und jetzt auch nochmal willkommen von mir, meine Freunde, keine Ahnung, wer der Typ da vorhin war, aber ich habe hier ein kleines Überraschungsprojekt für euch. Da mag sich wohl der ein oder andere fragen, was, wieso, Stone, wie, jetzt, hä, du machst doch gerade Nerim und wir dachten jetzt, du wolltest The Witcher machen oder Far Cry, wie, was ist das, The Darkness, verstehe ich nicht. The Darkness ist auch ein Shooter, ja, und ich habe eigentlich gesagt, ich mache nicht mehr unbedingt Shooter auf meinem Kanal, reine Shooter, womit ich eigentlich auch damit den Gedankengang weiterhin ausführe, weil The Darkness kein normaler Shooter ist, sage ich mal. Und es sprechen ein paar Gründe dafür, warum wir das jetzt, oder warum ich euch das präsentieren möchte. Ich gehe mal kurz zuerst darauf ein. Und zwar, erstens ist es kein normaler Shooter, weil ihr nicht nur die normalen Waffen zur Verfügung habt, sondern auch noch ganz gewisse kleine Extras, die wir gleich am Anfang zu Beginn sehen werden. Also, wartet kurz und ihr werdet es direkt sehen. Und so, ne? Nein, aber Spaß beiseite. Dann der Grafikstil ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Das ist nicht so dieses, alles ist braun und realistisch und, ja, dieses Standard Call of Duty Battlefield sieht zwar saugeil aus vielleicht, vor allem Battlefield, aber, ne, es ist mehr oder weniger, wird alles nach einer Weile zu Einheitsbrei. Das hat hier leicht angehauchte Comic-Grafik, aber dennoch mit einem Hauch von Realismus. Schwer zu sagen, aber ich werde es euch gleich mal zeigen. Dann die Story geht bei weitem über normale Weltkriegsshooter hinaus. Das ist keine Standard-Story. Wir müssen diesen Stützpunkt einnehmen, bla bla bla. Oh mein Gott, Scharfschützen. Oh mein Gott, Raketenwerfer. Also, nichts dergleichen, sondern es hat seine ganz eigene, spezielle Story. Falls irgendwer von euch noch nicht The Darkness 1 kennt, da gibt es zahlreiche Let's Plays auf YouTube. Da könnt ihr euch vielleicht irgendwas anschauen, aber am Anfang von The Darkness 2 wird jetzt auch gleich nochmal direkt kurz beschrieben, was denn bisher so in The Darkness 1 passiert ist. Also, kein Problem. Ihr werdet auf dem neuesten Stand gehalten. Und, es gibt noch ein paar andere nette Mechaniken in dem Spiel, die ich aber im Laufe des Spiels euch versuchen werde zu erklären. Ich habe selbst es erst eine Stunde gespielt und damit kommen wir auch zum letzten Punkt, den ich nochmal euch kurz erwähnen wollte hier. Und zwar ist das Spiel kürzer als viele andere Games, als RPGs sowieso. Aber ich dachte mir, wenn ich mal wieder zur Abwechslung ein RPG euch vorstellen möchte, ein Shooter-RPG nicht eben, ein Shooter vorstellen möchte, dann sollte er kurz und knackig und unter sieben Stunden lang sein. Und das wäre mit The Darkness geschafft. Denn dieses Spiel ist angeblich rund sechs Stunden, vielleicht ein bisschen weniger. Kurz oder lang? Das heißt, ich peile so um die 25 Episoden an, vielleicht ein bisschen weniger. Wir werden sehen, kein mega langes Projekt, aber die Story ist auf jeden Fall sehr interessant von dem her, was ich von The Darkness 1 kenne und jetzt hier so bei The Darkness 2 bisher gesehen habe. Dazu muss ich auch nochmal sagen, dass ich The Darkness 2 schon seit Ewigkeiten spielen will. Seitdem es rausgekommen ist, will ich es spielen. Und bin schon so wahnsinnig heiß auf dieses Game, dass ich jetzt endlich mal dieses Teil zocken will. So, dann fange ich jetzt endlich mal an, nach dem längeren als sonst Intro. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, mal doch vielleicht mal kurz reinzuschalten und nicht gleich wegzuschalten. Was? Was? Stone? Kein RPG? Ich kann kotzen, ich will nur RPGs hier sehen. Nein, jetzt machen wir mal ein bisschen was anderes. Ja, ja, alle anderen Daten werden gelöscht. Vier Schwierigkeitsgrade, Schläger, Gangster, Auftragskiller, Don. Im Prinzip leicht, mittel, schwer, sehr schwer. Privat würde ich es auf Auftragskiller zocken, schwer, weil ich will eine Herausforderung. Und so habe ich es auch mal angefangen zu zocken. Ich bin zwar nicht gestorben, aber es wurde öfter ganz knapp. Aber ich will euch mit dem Let's Play, mit diesem kurzen, schnittigen Let's Play. Ich will auch nicht so viel herumlaufen und erkunden gehen, also nicht zu viel. So mega viel gibt es da auch gar nicht. Sondern euch eine gute Packung Action spendieren. Deswegen machen wir das mal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Gangstar. Ja, mach es dunkel, mach es heller. Ich mach das mal so ein, zwei Stiefchen heller, weil ich weiß, dass viele von euch mit dem Smartphone zugucken. Und damit ihr noch irgendetwas sehen könnt, sollte das jetzt so passen. Schau dir bisher bei The Darkness an. Jetzt kriegen wir nämlich eine kurze Zusammenfassung, was beim ersten Teil geschah. Viel Spaß. Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nichts bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es wäre der Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt. In einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacano. Der Standardtyp, null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet. Und ballerte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag. Und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur starker. Sie machte aus ihm ein Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In Nullkommanichts war die Mafia hinter Jackie her. Wollte seinen Tod. Einfach so. Die New York City Mafia gegen Jackie. Und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie. Es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte. Er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken. Aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Ein kleiner Überblick über die Vergangenheit und was bisher geschah. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir. Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Ich will euch nur schon mal vorwarnen, es gibt sehr viel Gore in diesem Spiel. Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hey Jackie, sieh dir mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Gore, das heißt, manchmal könnte sich das Spiel zu einem kleinen Schlachthaus-Simulator entwickeln. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet das aushalten. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Hey Mann, hör auf dich hängen zu lassen. Komm schon Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass ihr wieder in der Stadt seid. Wir sind nämlich eine Art Mafia-Boss, wenn man so sagen darf. Und mit Hilfe der Finsternis sind wir groß geworden im letzten Teil. Und jetzt genießen wir unsere Position, beziehungsweise arbeiten hart dafür, sie behalten zu dürfen. Oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Mann, Gaston, pass doch auf. Bitte sehr, Boss. Hello, Ladies. Bon Appetit. Danke. Hi Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Oh. Na, was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Oh Jesus. Scheiße. Jackie, runter. The Darkness 2. Let's get ready. Bleib bei mir. Oh, scheiße. Seht euch sein Bein an. Henni, was macht ihr? Ihr Jungs geht vor. Ich bring Jackie hintenrum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hintenrum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Was ist das? Was soll ich damit machen? Oh mein Gott, mein Bein. Ich werde diese Schweine abschaffen. Oh Gott, guck euch mein Bein an. Komm in die Finn. Was? Wer hat da gesprochen? Wer war das? Könnten Sie bitte Ihren letzten Satz wiederholen? Das war ein bisschen zu anstrengend zum Hören. Ich glaube, ich sollte mal meine Maus-Sensitivity wieder ein bisschen runterstellen. Wo ist der Knopf? Ah, hier. Sehr gut. Wer hat da gerade gesprochen? Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das kriegen wir nie wieder ganz. Da fehlt ja der halbe Knochen. Wer zieht mich überhaupt? Wo ist der Kollege? Warum macht der nichts? Oh, damn. Pass doch rauf. Auf so Kronleuchter sollte man immer achten. Was? Das waren mindestens zwei Header. Komm raus. Nein, hier ist nicht alles okay. Mir fehlt ein ganzes Bein. Oh Gott. Das war es wohl für Rico. Willst du etwa damit sagen, dass ich fett bin? Gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Oh oh. Ich glaube, wir kriegen keine Minute. Komm schon, nimm die Waffe. Na, was ist da los? Komm. Es ist Zeit zu sterben. Er ist hier. Warum haben die Leute das alle auf mich abgesehen? Ich habe doch nichts getan. Ich bin nur der Mafia-Boss von irgend so einer. Okay, Boss. Ich kann die Küche von dir aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarre nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Beide. Oh mein Gott. Wie gut, dass wir so erfahrene Kämpfer sind. Ja. Es sind so viele, mein Freund. Wir haben bestimmt nicht so viel Munition. Halte mich doch etwas ruhiger. Oh Gott, hier geht alles in den Bach runter. Ich rieche Gas. Beeilung, Winnie. Oh oh. Oh nein. Wenn jetzt hier irgendein kleiner Funken reinkommt, dann sind wir erledigt. Guck dir an, wie viel Gas das ist. Brenn in der Hölle, Estakado. Oh, kleiner Funken. Niemals. Nie wieder, du Mistkerl. Ich in deine Erlösung. Stärker als ein Vater. Provoziert ihn weiter. Wer bist du? Gott, ich bin fast erledigt. Oh Mann. Geschenke. Yay. Gib dich mir hin, Jackie. Ich will dich nicht freilassen, du Mistvieh. Ist mir egal. Du brauchst mich. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Endlich kann ich mich nicht mehr sagen. Verdammt. Was zum Teufel ist das? Hast du das gesehen? Heilige Scheiße. Jetzt wird hier aufgeräumt. Nein. 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 So, und damit wären wir an der Stelle angelangt, wo es losgeht. Die Intro-Sequenz ist vorbei und deswegen ist The Darkness 2 ein klein wenig anderer Shooter. Wie ich zu Beginn schon gesagt habe, nicht nur mit Knarren, sondern auch mit netten Zusätzen hier am Rande. Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasserunde. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Kein Problem, dafür habe ich ja diese Macht wieder akzeptiert, aber wo sind die Leichen hin? Das ist hier die Frage. Ich habe hier nur noch so einen kleinen Rest. Man kann die Teile auch werfen und sie Spagat machen lassen, wie ihr sehen könnt. Hui! Ich glaube, die sollten nicht verschwunden sein, aber na gut, wie ihr sehen könnt, die ganze Geschichte ist ja ein bisschen anders aufgezogen als andere Shooter. Der Rest von den Jungs ist auf der Straße, Boss. Geh die Straße runter und stoß zu ihnen. Drücke Backspace, um dir dein Ziel anzuschauen. Dann fliegt uns immer so ein kleines Dingens da nach vorne. Und wir können Leute so ein bisschen... Ne? Nein. Leute aufpfählen. Wundervoll. Und die Dämonenarme natürlich auch zum Hiebemachen benutzen. Da gibt es sehr viele, viele, viele Zahlrüche Möglichkeiten, die Arme hier auszunutzen. Wir können Sachen als Schild benutzen. Wir können Sachen werfen und die Leute aufspießen. Lauter schöne Möglichkeiten, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Kann sogar in verschiedene Richtungen peitschen, wie ihr sehen könnt. Wundervoll. Und alles schön unzensiert. Ich hatte erst durch Zufall... Ich habe mir es vor kurzem erst geholt. Wer ist das da? Und habe durch Zufall herausgefunden, beim ersten Testspielen, dass das unzensiert ist. Weil ich davor die Demo-Version in der zensierten Fassung hatte. Dann habe ich gleich den Unterschied hier bemerkt. Oh, ich liebe dieses Lied. Komm schon. Was zum Teufel? Jenny? Hey, warte! Lügen. Lügen! Lügen? Aber das war doch Jenny. Jenny, unsere Freundin, die wir verloren haben. Im letzten... Im letzten Teil vor einigen Jahren. Drei Jahre ist das her, glaube ich, hat er gesagt. Keine Ahnung, eine große Explosion. Haben Sie vermutlich noch in Kansas gehört. Ich will noch eine Chance! Und es gibt wundervolle Finishing-Moves. Da wird erst immer ein bisschen random rausgesucht, was gerade so an der Tagesordnung steht. Er ist hier! Und Sachen werfen können wir natürlich auch. Ich fühle mich nicht so gut. Ich fühle mich nicht so gut, mein Freund. Und jetzt fühlst du dich nicht mehr so gut. Ich frage mich, wie der Typ noch reden kann, während ihm irgendeine komische Schlange durchbohrt. Nimm das, Leiche! Nimm das! Was ist das hier überhaupt? NC Barber Supply. Das sind Vorräte von irgendeinem Friseur. Es werden gar nicht weniger Kisten. Oh mein Gott, er hat unendliche Vorräte. Der Typ wird nie wieder neue Scheren kaufen müssen. Crazy. Und weil Jackie... Das ist der Teufel persönlich! Und weil Jackie ein kleiner, fauler Sack ist, wird er auch nie selbst irgendwelche Waffen aufheben. Sondern... Sondern einfach jedes Mal... In der Tat. Da haben wir noch das hier zur Auswahl. Autotüren als Schutz benutzen. Because why not? Und wir können sie natürlich auch werfen und dann passieren solche schönen Dinge. Zweiteilungen! Zweiteilungen vom Feinsten. Also ihr seht, hier geht's ganz schön zur Sache. Man kann sich Sachen greifen, man kann Sachen werfen, man kann Leute zweiteilen und noch wunderschöne Zeitlupen reinbekommen. Insofern, das einzige Problem, was ich zumindest am Anfang hatte vom Spiel, war die mangelnde Munition. So, jetzt wollen wir aber erstmal... Oh, was ist da? Oh nein, nicht schon wieder eine Explosion! Gott, Mann! Oh! Oh! Wen haben wir denn da? Ich hab mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Shh, 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 shh. Ich hab Estakado, er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Das Voice-Acting. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Nein! Hallo Äffchen, verdammt lang her! Ke туare! Eheh, bis hier gefällig... Vielen Dank.